Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Sie bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Magen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meinst du, das ist einfach gelungen! Der Militär hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niedersträßiger Treude unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verblühen... Ich sage Feiglinge! Verreichheit, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheblich! Die Generalität ist doch geschmolst des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messergabel hält! Jahre lang hat das Militärakademie nur verhindert! Es hat mich gegeben, nur als ich mit dem Widerstand in den Weg gelegt! Es hat der Kult daran getan! Und dann waren alle Höheroffiziere, nicht mit dir zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich das Geld, ganz Europa erobert! Verräter, von allem, von Anfang an, bin ich doch verraten und betroffen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat gehübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Zauber in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das dann bei Ihnen verlasse, dürfen Sie sich gewaltig! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Ich bin mir hier! Amen! Wannes